Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Yellin Blaze Volcano Blog. Ja und herzlich willkommen in Mount Doom. Machen wir wieder weiter in unserem Schiedsalzberg, heißt der auf Deutsch. Ich habe mittlerweile einmal herausgefunden, was die gute alte Nether Chess kann. Genau, wenn ich hier jetzt einmal, das haben wir ja gesehen, das ist normal. Tja, die stackt ein bisschen mehr. Ich glaube bis zu 256 kann man da die Items hochstacken. Dann habe ich die Farbe einmal ein bisschen schöner gemacht, ein bisschen aufgeräumt. Aber so ein schönes Geländer außen rum gebaut, kann man jetzt reingehen, rausgehen, reingehen, rausgehen, reingehen, rausgehen. Geniale Sache, oder? Reingehen, rausgehen. Ja, schon wieder auf. Ja, sonst ist alles gleich geblieben, außer Kleinigkeit. Ihr seht es schon, es geht da runter. Und ich sage euch was, ich habe den kompletten Nachmittag gebraucht, um diesen Keller auszuheben. Da sieht auch schon ein bisschen was, was wir gleich dann brauchen werden. Und zwar, ich habe mir lange überlegt, wie macht man das am geschicktersten, dass man einfach in einer bestehenden Lava Plattform runtergräbt, ohne dass man ständig gräbiert. Ja, es ist ganz einfach. Ich stack hier, ich bin jetzt auf Höhe 62, einen Stack, also 62 Gravel, die lasse ich da runterfallen. Dann gehe ich hierher, lasse 62 runterfallen. Und dann gehe ich hierher und lasse 62 runterfallen. Dann kann ich da immer die Plattform ausbauen, kann die Ränder nachziehen und dann gehe ich wieder eine Stufe weiter runter. Es ist eine Heidenarbeit, aber wir haben ja jetzt als Aufgabe, schauen wir uns das gleich mal an. Erstens einmal, wir können es mittlerweile abholen. Ich nehme die Oscillating Gears. Ich erkläre euch dann auch warum. Ich habe ein bisschen weiter gefarmt. Ja, da ist nicht so viel passiert. Das läuft gerade noch ein bisschen. Jetzt kann ich, wie viel hat das schon wieder geschluckt? Noch nicht so viel. Ich schmeiß mir dabei mal raus. Aber ich habe bei den Fossilien weitergefarmt. Und zwar nicht zu knapp. Da habe ich es richtig krachen lassen. Da haben wir jetzt einiges von dem Zeug. Genau. Und wir schauen gleich einmal ins Questbook, wie es denn weitergeht mit uns. Wir brauchen einen Empty Summoner. Okay, wir werden diesen Summoner benutzen. Oder diesen Erzeuger, Herbeirufer, wie auch immer benutzen, um die Essenzen dieser Kreaturen zu benutzen. Genau. Dafür brauchen wir einmal den Ender Dust. Dafür brauchen wir einmal den Sledgehammer. Der sollte weniger das Problem darstellen. Da brauchen wir nur drei Sticks und zwei Eisen. Ja, da habe ich auch wieder fleißig weitergefarmt. Da habe ich einige Durabilities von den Hammer durchgeballert. Naja, okay. Was wollte ich? Was wollte ich? Genau. Die Ender Bones waren das, oder? Ich habe es schon wieder vergessen. Ich glaube, die Ender Bones müssen das gewesen sein. Ender Bones, Junk und Sledgehammer. Genau so ist es. Sprich. Ich mache jetzt einmal fünf Stück. Ich weiß nicht, wie viel wir dann effektiv brauchen werden. Oh, wir haben ein neues Kapitel freigestellt. Magic Powder. Nice. Genau, aber wir brauchen ja noch das Zeug außenrum. Da brauchen wir Ender Steel Ingets. Wir brauchen Eisendust und Enderdust. Aha, okay. Und zwar. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, wie viel das wir da haben. Ah ja, sechs Stück brauchen wir. Gut, dann machen wir noch ein bisschen mehr von dem Zeug. Das war das falsche. Sechs Stück. Genau. Und jetzt brauchen wir noch sechs Eisen. Weiß gar nicht. Kann man das da auch klein hämmern? Das wäre natürlich Obergras. Tatsächlich. Da spare ich mir jetzt den um. WK hat zwar Durability gekostet, aber was soll der Geiz? Den können wir durchschmelzen, oder? Jawohl, schaut gut aus. Glas war da oben drin mittlerweile. Genau. Und währenddessen können wir schon mal ins Questbook schauen. Ähm, es gibt da diesen Empty Summoner. Und zwar Style Normal. Und ihr habt da gesehen, da gibt es verschiedene, verschiedene, verschiedene Styles. Und ich habe nicht herausgefunden, ich glaube nicht, dass die einen Unterschied machen. Aber warum machen wir nicht einfach irgendeinen anderen? Einfach nur, dass wir nicht den Standard haben, würde ich sagen. Deswegen, äh, ja, craften wir den dann einfach um zu dem Schwarzen. Dezimation of Plantai. Aha, okay. Sehr schön. Immer gut, warum auch nicht. Genau, das dauert leider noch einen kurzen Moment. Alien Metal. Ja, jetzt geht's rund. Aber wir brauchen ja dann das Soul Book of Spider. Dafür brauchen wir ein Buch. Buch sollte man schaffen, oder? Lederklaube haben wir gehabt, jawohl. Aber ich muss unbedingt schauen, dass wir mal das Kistenproblem da vorne lösen. Das ist nämlich schon richtig nervig. Immer ist diese blöde Kiste voll. So wie ich es vorher gerade ist ausgeräumt. Naja. Jawohl, wir haben die Shards. Sehr schön. Genau, damit machen wir uns jetzt die Ender Steel Bars. Da könnte man sogar zwei bauen. Aber brauchen wir nicht. Ihr werdet es dann sehen. West Completed. Genau, und dann machen wir jetzt den Madness Style. The Cornerstone of the Restoration. Auch gut. Genau, und dann holen wir uns da auch wieder einen Dark Tank. Das ist nice. Der braucht diese... Also das ist das größte Problem, diese Dark Gems zu besorgen. Oder Dark... Wie auch immer. Ich nehme jetzt einmal... Einmal von jeder Sorte. Und dann nehme ich einen Rest Oscillating Gear. Jetzt können wir kurz einmal auf das Rezept schauen. Na, auf das Rezept von dem. Genau, das braucht nämlich jedes Mal diese blöden Bones. Und die bestehen dann immer aus diesen drei Bone Chunks. Da habe ich nämlich gesehen, man kann die nämlich, wenn man die so craftet, quasi eins von dem Ender Dust und ein bisschen Slime außenrum. Da kann man die anstatt mit diesen Essence, kann man auch mit Asche hochcraften. Da habe ich mir gedacht, Asche ist sehr billig, weil wir einfach vom Prodigy Attack die Asche nehmen können. Da wäre das sinnvoller. Aber naja, egal. Wir brauchen Soul Book of Spider. Genau, und da brauchen wir jetzt die Spider Essence. Wo haben wir es denn? Spider Essence. Und die bekommen wir aus den normalen Bone Chunks. Okay. Und da habe ich auch erst im Internet schauen müssen oder im Buch lesen müssen. Die kann man einfach nur rechts klicken. Und dann ploppt da das Zeug raus. Schauen wir mal kurz. Chicken. Spider. Alles mögliche bekommen wir da. Kann man das ein bisschen aufteilen, dass ich da einen Überblick behalte. Vielen Dank. Kann man das nicht irgendwie... Ich habe mir gedacht, vielleicht kann man es mit Shift-Rechts-Klick oder mit Rechts-Klick auf der Kiste, dass man einen kompletten Stack durchhaut. Aber funktioniert leider nicht. Dann müssen wir es wohl oder wie wohl so machen. Ah ja, genau. Wir müssen ja das gar nicht voll machen. Das habe ich schon wieder vergessen. Was? War das nicht so? Ah nein, den Ender-Dust habe ich wieder vergessen. Ei, ei, ei. Habe wieder die Hälfte vergessen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte doch vielleicht einmal ein bisschen mehr machen. Jetzt hat... Genau, und jetzt können wir nämlich diese Essenz da reinfüllen, indem wir das zusammencraften. Genau, da haben wir jetzt 8 Stück drin. Da haben wir 12 Stück drinnen. Ja, okay, das reicht ja eh eine gewisse Zeit. Dann würde ich sagen, das lassen wir jetzt einfach einmal so. Claimen die nächste Quest. Und diesmal nehmen wir uns die Blood Crystals. Egal. 8 Vector Blades. Das habe ich natürlich wieder nichts sehen. Ich bin genial. Ich habe jetzt natürlich... Egal. Werden wir gleich sehen. Machen wir nichts. Egal. Ich habe nicht herausgefunden. Ich kann die umcraften. Aber ich verstehe nicht, was die soll. Also ich habe wirklich keine Ahnung, was man damit machen kann. Ich habe wirklich null Plan. Keine Ahnung. Vielleicht weiß ja einer von euch. Ich fürchte, die können wir nicht so einfach... Die hätte man sogar ganz einfach craften können. Okay, dann muss ich meine Farm doch eventuell nochmal ein bisschen umbauen. Denn momentan funktioniert sie leider nicht für Enderman. Aber egal. Die lassen wir jetzt einmal so, wie es ist. Und dann schauen wir, was passiert. Genau. Und zwar brauchen wir als nächster eine Spider-Eye. Und das bedeutet, wir müssen die Farm jetzt einmal aufbauen. Was heißt aufbauen? Aufbaut habe ich schon. Genau. Das ist nämlich die neue Mob-Farm. Und ich wollte die einfach nicht überirrig platzieren. Ich hasse es. Das ist ein Block von, ich glaube, 15 mal 15 mal 11 oder was. Und es ist so hässlich, wenn man die überirrig baut. Und deswegen haben wir mir die ganze Mühe gemacht, den Keller ausgehoben. Nur damit ich hier Platz habe für diese blöde Mob-Farm. Okay. Na, die können wir noch gar nicht betreiben. So, denn da fehlen uns noch ein paar wichtige Items. Ich merke gerade, ich war schon wieder viel zu voreilig. Wir brauchen ja erst einmal was zum Schlachten und so weiter und so fort. Genau. Und zwar, jetzt bin ich gespannt, ob wir das überhaupt schon bauen können. Sanguinary Pedestal. Ui, da brauchen wir viel. Da brauchen wir verdammt viel. Da brauchen wir zu viel, fürchte ich. Nein, das könnte sie sogar ausgehen. Schauen wir mal kurz. Ich weiß gar nicht, haben wir noch nicht noch welche? Könnte sogar sein, dass wir noch welche übrig haben. Zwei Stück bräuchte ich noch. Jawohl, wir haben eh noch genügend. Nice. Genau, dann haben wir schon mal dieses Teil. Den Tank haben wir. Jetzt brauchen wir nur irgendwas zum Abschlachten. Und da brauchen wir, wie heißen die guten Teile? Spikes. Das ist bloß ein Eisen und ein Gem. Genau, und da gibt es nämlich ein Item, das für uns die Arbeit erledigen wird. Gibt zwar auch eins von Solus. Genau, von Solus war das. Wäre vielleicht auch nicht blöd für die Blood Crystals zum Aufladen. Vielleicht machen wir einfach beides am Anfang. Wetter werden wir natürlich komplett auf Evil Craft umsteigen. Aber am Anfang wird es vielleicht nicht schaden, wenn wir das so machen. Genau, und dann machen wir uns dieses Gerät auch nochmal. Wo war es denn jetzt? Und ich erkläre dann einfach nochmal, was das all das kann. Genau, dann nehmen wir uns noch eine Redstone Torch, um das Ganze zu aktivieren. Denn das letzte Teil, was wir gecraftet haben, das braucht... Wo schmeißen wir das jetzt? Da rein, schmeißen wir es da rein. Das letzte Teil, das wir gecraftet haben, braucht ein Redstone Signal. Genau, und jetzt brauchen wir aber nochmal was von Evil Craft. Wie gesagt, wir brauchen auch noch was, das die Tiere abschlachtet. Und das ist die Spiked Plate. Hier brauchen wir nur eine Weighted Pressure Plate. Nichts leichter als das. Genau. Damage Mob. Genau. Place and Pedestal to Train Blood. Damit ist dieses gemeint. Und darunter kommt der Tank. Und dann sollte das eigentlich so funktionieren. Genau. Jetzt haben wir nur noch das Problem. Zwei Sachen noch. Erstens einmal die XP. Die müssen wir auch noch irgendwie rausziehen. Okay, da bekommen wir sogar zwei raus. Da haben wir was ausgedacht. Ja, wir haben noch keinen Monolithen oder irgendwie. Sowas bräuchert man da noch. Weiß ich noch nicht genau, wie wir das genau machen. Aber momentan fliegen halt die XP jetzt einmal unten raus. Das kann man jetzt nicht ändern. Aber es gibt ein Item-Vakuum. Und das ist gar nicht so schwer. Das ist einfach nur vier LED. Und das kam in Neid. Und das müssen wir sowieso herstellen. Genau, dafür brauchen wir nur zwei Clay. Ein Bone Meal, ein Sand. Genau. Und da haben wir die vier Stück. Die vier Stück können wir jetzt zusammen craften. Da müssen wir das kurz in die Lava schmeißen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich hoffe, dass das da funktioniert. Jawohl. Nein, war zu kurz. Genau. Und dann haben wir die Platte. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Blei. Und dann sollte das Ganze schon funktionieren. Wir haben kein LED. Das ist ein Problem. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass wir kein LED haben. Wieso haben wir denn kein LED? Das bekommt man normalerweise immer relativ early. Haben wir jetzt? Ja, da haben wir welches. So, und da haben wir es auch schon fertig. Genau, das war einmal so für die Leitungen. Und wie war das? Nein, ich glaube so. Genau, so für das Item-Vakuum. Genau, und dann sollten wir jetzt eigentlich alles haben. Wir können dann einmal hingehen und schon einmal das meiste aufbauen. Ich denke, wir haben eigentlich jetzt alles zusammen, was wir brauchen für die Mob-Vakuum. Genau, erstens einmal die Items müssen eingesaugt werden. Das macht dieses gute Gerät. Dann wird das Ganze natürlich auch weggeleitet. Das machen die Pipes. Dann für die XP, jetzt falle ich da runter. Absolut genial. Für die XP haben wir diese Slabs, denn die kann man nämlich mit Shift, kann man die an der Wand platzieren. Das bedeutet, die XP-Kugeln, die können da dazwischen durch, aber die Mobs logischerweise nicht. Sonst wäre das Ganze relativ sinnlos. Genau, und da kann man dann später die Leitung hochlegen, wo die Items rauskommen. Jetzt denke ich, werden wir noch ein bisschen zu wenig beieinander haben. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt einfach mal das Sanguinary Pedestal da hinten hin. und das andere Item von Solus, das packen wir da her. Und das braucht ein Redstone. Genau, wenn man hier mit Shift drückt, dann sieht man, das hat ein Inventar. Die Redstone Torch ist drin, man kann es natürlich auch mit einem Hebel betreiben. Und dann kann man eben Nether Quartz für mehr Damage, Spider-Eye für Poison und so weiter und so fort reinpacken. Und eben auch den Blood Crystal. Die sind diese Teile. Die brauchen nämlich Blut. Genau, damit die so aufgeladen sind, brauchen die Blut und das bekommt man entweder durch Selbstverstümmelung oder indem man eben hiermit die Mobs töten lässt und der Blood Crystal dann da drinnen ist. So, dann fehlt eigentlich wirklich nur noch der Spawner. Dann würde ich sagen, bauen wir doch den Spawner direkt einmal auf. Genau, und jetzt seht ihr auch gleich, warum das Ganze mit Enderman leider nicht funktioniert. Ich habe das Ganze mit Wasser konstruiert, weil ich natürlich nicht auf die ja, auf die Vector Plates gedacht habe, beziehungsweise die Vector Plates brauchen ja normalerweise Ah ja, okay, das Item ist sogar runtergeploppt. Ah, genau, weil der nicht aktiv ist. Die brauchen ja normalerweise immer diese Dark, also diese Wither Dust und deswegen habe ich die gar nicht in Betracht gezogen. Dabei wurde hier anscheinend das Rezept geändert. Jawohl, da sind alle Blöcke bedeckt. Sehr schön. Dann machen wir da bloß noch das Loch zu. Und dann sollte die eigentlich schon fast laufen. Aber eins fehlt natürlich noch. Wir haben noch... Okay, das war das falsche Loch. Naja, egal. Genau, und hier können wir nämlich auf den Empty Summoner zugreifen. Durch die Leitung durch geht das recht schön. Wobei, die müssen wir noch ein bisschen weiterziehen. Ja, ist jetzt momentan nicht schön, aber es funktioniert, das ist wichtiger. Ziehen wir es über noch ganz runter. Ist egal. Hauptsache, es funktioniert jetzt. Genau, da müssen wir das Ganze noch bepowern. Also die Items von Embers, die brauchen immer ein Redstone Signal. Und jetzt können wir den Spawner starten. Der verbraucht dann schön langsam die Energie, die wir hier gespeichert haben, mit diesen Essenzen. Und... Dann kann ich jetzt die mit Rechtsklick reinklicken. Und mit Shift... Entweder mit Rechtsklick kann ich es einzeln oder mit Shift-Rechtsklick. Jetzt habe ich alles wieder rausgeholt. Kann ich... einen kompletten Stack. Es gehen immer 16 Stück rein. Ihr seht es, wenn man auf Shift geht. Genau, und jetzt ist er bei 4% Summon. Das dauert eine gewisse Zeit. Desto mehr Oscillating Gears, das man drinnen hat, desto schneller Spawn da. Desto mehr Blood Crystals, das er drinnen hat, desto mehr Mobs Spawn da. Und desto mehr Murky Ops, das er drinnen hat, desto weiter kann man von dem ganzen Spawner weggehen. Momentan ist das relativ begrenzt. Ich muss also direkt in der Nähe sein, damit der Spawner funktioniert. Und die Niobium Gears, das ist dann eher das Endgame von Solos. Damit wird das Ganze effizienter und verbraucht weniger von den Essenzen da drinnen. Genau, und da ist die erste Portion gespawnt. Ihr seht es, die bekommen schon ein Damage und ich habe was vergessen. Jetzt gehe ich schon wieder durch das falsche Loch. Ich muss ja da noch den Tank drunter bauen. Ah ja, okay, aber man sieht es, ein bisschen blutisch schon drin. Ein bisschen sogar untertrieben. 960 Millipucket. Nice. Und das sollte man vielleicht momentan sogar ausschalten, denn der bringt uns momentan nichts. Erst wenn da ein Bloodcrystal drin ist, macht das einen Sinn. Okay, wir haben jetzt leider nur Strings bekommen. Das ist schade, denn wir brauchen ein Spider-Eye. Und ich kann leider auch nicht allzu weit weggehen. Deswegen würde ich sagen, ich muss fast noch mal kurz ein bisschen laufen lassen, bis wir das erste Spinnenauge bekommen. Denn das ist ja unser Quest. Oder, ja, theoretisch könnten wir auch, genau, wir könnten das Ganze schon mal wieder beschleunigen, indem wir den Blood Extractor bauen. Dann bekommen wir nämlich die nächsten zwei Gears und dann spawnt es wieder schneller. Da haben wir die Spikes gebraucht, die haben wir gehabt. Einen Dark Jam und ein Glas. Ein Glas haben wir da. Genau, und wenn wir jetzt Tiere abschlachten würden und diese im Inventar haben, würden wir das Zeug, also das Blut, rausbekommen. Macht jetzt im Moment natürlich relativ wenig Sinn, denn ja, wir werden die nicht mit der Hand abschlachten. Wir bekommen ein Content-Splatt. Das ist schon mal eine Ladung extra Blut. Wieder die komischen Essenzen, mit denen ich nichts anfangen kann und die nächsten zwei Gears. Und bevor wir jetzt so wieder runterlaufen, bekommen wir neun Stück für 1000. Das sollte man eigentlich sogar schon beieinander haben. Also vorausgesetzt, die zweite Portion Spinnen sind schon gespawnt, was ich nicht glaube. Aber dann beschleunigen wir das einfach nochmal kurz. Okay, also wir können jetzt schon mal rausziehen. Jawohl. Und jetzt fängt die Farm hoffentlich immer an, dass es losläuft. Nein, ziehe ich wieder die blöden Gears raus. Ja, und ich habe es wahrscheinlich wieder zurückgesetzt. Ja, es funktioniert. Die Items werden eingesaugt. Die XP fallen durch die Löcher durch. Und das Blut wird auch eingesaugt. Absolut genial. Funktioniert perfekt. Wir packen das einfach so wie wir sollen in diesen Drying-Besend rein. Genau, und da haben wir das schon bekommen. Geht relativ flott. Bloß noch kurz durchschmelzen. Und genau, und was haben wir noch gebraucht? Wir haben noch einen Dark Power Gem. Okay, da brauchen wir fünf Eimer Blut. Das wird wohl noch einen kleinen Moment dauern. Ich fahre mal fünf Eimer Blut zusammen und dann geht's wieder weiter. Das Zeug haben wir schon mal. Genau, und da haben wir die fünf Eimer Blut auch schon zusammen. Und wir haben auch das Spider Eye bekommen. Sprich, die nächste Quest haben wir auch schon wieder abgeschlossen. Ah ja, und da bekommen wir schon wieder was. Ja, wie gesagt, ich würde da fast immer noch unschlüssig. Ich nehme die Oscillating Gears. Und diese Blüten, ihr gesehen, das ist keine Ahnung. Keine Ahnung, was die sollen. Aber dann geht das Ganze deutlich schneller. Ihr seht jetzt die Zahl und ich denke, desto schneller, dass das Ganze nach oben ballert. Ja, da ist mir lieber, das geht schnell, als das ewig dauert und dann von mir aus zwei, drei Mobs mehr spawnen. Aber ich werde das Ganze natürlich dann alles komplett upgraden. Und jetzt brauchen wir irgendwo einen Platz. Ich würde sagen, da machen wir uns jetzt einfach mal kurz ein. Wo wir fünf Eimer platzieren können. Und einen Dark Jam brauchen wir noch. Genau, und jetzt müsste es relativ schnell gehen. Jawohl, und dann haben wir schon den Dark Power Jam. Denn, wenn man die platziert, dann wandeln die sich um in dieses Strideblatt. Das kann man zwar wieder abbauen, dann wird es wieder flüssig, aber ist ein bisschen lästig. So finde ich es angenehmer. Und dann können wir uns jetzt dieses Teil craften. War, glaube ich, einmal so. Und so. Okay. Genau, und dann haben wir das nächste Quest-Item fertig. Dann bekommen wir wieder was. Ich nehme jetzt einfach die, egal, die packe jetzt noch mal kurz unten rein. Und dann werde ich mich offscreen gleich einmal hinsetzen und die Orbs fertig machen. Wie gesagt, da packe ich einfach Asche rein. Die Orbs muss man einmal craften. Okay. Genau, und dann kann ich von der kompletten Base kann das in Ruhe weiterlaufen und die Blood Crystals, die packe ich dann da rein mit der Redstone Torch. Dann füllen sie die langsam auf. Und, ähm, genau, und wenn sie voll sind, dann kann ich es wieder in den Spawner reinpacken, dass wir mehr Mobs bekommen. Aber ja, ähm, genau, so kann man das jetzt mit jedem Mob machen. Bis auf Enderman, das funktioniert ja leider nicht, beziehungsweise, ja, äh, die Porten halt dann irgendwo wilde in der Base rum, muss ich dann per Hand abschlachten. Aber ja, wir haben einen kompletten Mobspawner, der läuft und sauber funktioniert. Ich denke, er ist mir relativ gut gelungen. Falls es wen interessiert, falls er es nachbauen möchte, der Abstand zwischen Spawner und der Wand, also Spawner, fünf Blöcke frei und dann der Wandblock. In alle Richtungen jeweils fünf Blöcke frei. Ich habe es ein bisschen getestet, wie weit es der Spawner spawnt. Wenn man es kleiner baut, kann es passieren, dass außerhalb der Mobfarm spawnen, aber mit fünf Blöcke Freiraum sollte das sauber funktionieren. Okay, ähm, ich freue mich, dass du wieder mit dabei warst. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wie immer bitte den Aufruf abonnieren, bewerten, kommentieren und dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.